regungslos ja ich muss doch kürzene 3 hochladen wasse ne nicht hier, ne ne da ist das hier das labirond will ich nicht drum, oh hier ist gut ja fliege da unten ist ein spieler ok kann ich nichts machen das ist dein metier doch was zum schmeißen haben wir ja nicht, ne ne warte aber müsste ja eigentlich kommt ja nicht nirgends hoch außer hier wenn er da unten ist warte ich steche ihn ab oder gehen wir schon hin ach so sind zwei noch der rücker ist gut jawohl es steht ein abkommt ja ist hinüber da ist noch einer oh ist gleich weg ja ich schieße ich hab, ja die haben wir eisekalt gemacht junge ja das war geil wie viele das waren kümmere dich mal noch um die Viehstadt hier unten rumlaufen ja ja, mach ich gerade ok, sehr gut hier gehen wir nicht auf den Zünder da ist noch einer noch ein spieler nee zombie und hier rüber ich komm nämlich grad nicht hoch hier rüber noch hier rüber noch oh mensch das war's junge ranger oh ich hab eine gute rüstung für dich alter geil muss ich doch mal runter kommen ich bring sie mit hoch oder so mhm die haben eisekalt gemacht die waren geil oh wirklich gut der läuft doch noch so dann komm ich hoch um meine Fackel so dann komm ich hoch boah der stirbt nicht du siehst ja wie's gut aus oh da hinten sind spieler alter warte hier deine rüstung ich hab sie mal hingeschmissen ich mach uns mal ne tür auf ah ne nicht dort durch komm Künder lass uns abhauen komm Künder lass uns abhauen ne da ist er ne es hat keine Todesanzeige gegeben sind das drei ja Räder kommen drüber ok nein nein äh äh einer Minus einen Jäger hab ich auch oh scheiße ist da einer nein der Mark hier hat mich der Mark hier hat mich aber der Jäger ist tot Schluss noch der Mark hier unten wenn du denn noch lang machst jawohl das dürfte es gewesen sein ja noch ja noch ja scheiße wo bist du ich bin ja tot irgendwo irgendwo ich lieg irgendwo hier drüben wo der Zombie herkam jetzt egal wo liegst du alter irgendwo hier hier oder mach erst das Vieh tot oder lock den auf ne Falle Scheiße, ich kann es nicht mal looten. Ist egal. Heilung habe ich auch nicht mehr. Egal, Habsler, du kommst raus. Die haben wir eisekalt gemacht, das waren zwei große Teams. Ja. Dreiergruppen-Alber. Ja, so sieht es aus. Ja, wenn dir was, ich denke mal, da kommt ein Portal dann gleich. Das ist eine gute Stelle hier. Hilfe. Oh, ne. Ah, freck dein Sack. Zusammengeklappert, da kommen sie schon. Genau, unterm Sack. Geil, ich kann dir deine Rüstung wieder mit reinbringen. Das ist gut, ja. Noch das einzige, was ich schnell greifen konnte. Ne, das war sehr gut. Junge, Junge, Junge. Da haben wir aber gemeuchelt. Boah, so macht es Spaß. Mhm. Richtig kacke. Wo ist die Flieger? Wo ist die Flieger? Hier. Boah, die dümme Flieger, alter. Die Arschfotzer. Ja. Weg ist er. Dreckfotzer. Ja. Dreckfotzer. 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 Was für Schuhe? Ach, äh, feilgefangen. Noch mal Schuhe. Ich hab das wie die, okay. Komm, mach öff, ich muss nachladen. Da drüben zappeln Spinnen, Junge. Ich hab Spinnen gehört. Das ist größter Mario. Gut, da gehen wir nicht rein. Was? Da mag ich auch so drüben. Da bucklige, braune. Ah, an dem Waldmeer stand grad irgendwas. Keine Ahnung. Ach so? Mhm. Hier ist ja drinnen. Hm, da gehst du mal hier schön zentral. Das macht das Licht aus, ja. Immer schön dunkel machen. Kann unser Roman zum Verhältnis werden. Wenn ich die Kirche noch nicht sehe. Ja, das stimmt. Ich will meucheln. Ja. Da hab ich die Kehle durchgeschnitten dem Hund. Ja. Der Lappen. Komm hier, Blei. Hier können wir looten. Wir kommen. Hier sind Schuhe. Bessere. Bessere Schuhe als die du hast. Oh, da drüben ist einer. Warte. Warte. Da kriegst du... Wo ist denn da drüben? Dort? Ja. Lassen. Nee, nee. Nicht? Wo ist denn da hin? Hm. Der wird gern hier mein Dreierpfeil hier in Wanstram. Sonst tötet der uns nämlich. Das war nur ein Fighter. Na ja. 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 Dann höchstens ich mach dir die Tür auf und dann stürzt du dich rein. Nö, nö. Klasse. Den kriegen wir später. Hier sind nochmal Schuhe mit elf. Der ist einfach weg. Oh. Ja, deswegen. Entschuldigung, den hier drüben. Ha! Das ist auch hier. Okay, Mist. Eine Kiste. Geil. Oh, gute Hosen hat er. Für mich. Aha. Ja. Oh, ein Langschwert für einen Fighter, aber auch vom Feinsten. Wir müssen hier lang. Weiß der Maus keinen Faden ab. Ja. Ja. So sieht's aus. Hier ist alles schon tot nach der Wende. Hier können wir unten wieder hier die Mumienbande da. Ja, genau. Oh, da ist einer. Ja. Den bringen wir oben. Ja, jeden Fall mindestens in den Brücken. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja. 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 Okay, warte. Ich komme. Oh nein. Hier ist ein Zombie jetzt. Mann. Warte. An der Botsau renne ich vorbei. Ich hole ihn von hinten. Ja. Nein. Nein, halt. Nein, nein, nein. Doch. Du hättest eh auch kommen müssen. Aber ja, es passt tot. Ach. Einen kleinen Schlag, genau. Hat nicht viel gefehlt. Mann. Jetzt kommt er mir hinterher hier. Ne, die verrecken. Brauchst du irgendwas von dir? Nö, ich hatte ja nicht weiter. Mit Campfeiern? Das wollte ich dann dann raus. Nehm alles, was du brauchst. Hat der Standortausrüstung. Deswegen sag ich ja. Es stört mich nicht. Ich verliere ja nicht. Mhm. Spaß macht es trotzdem. Hier ist gerade irgendwo ein Portal aufgegangen. Ja, ja. Ah, hier. Geil. Hier, hier. Nimm das Gold mit. Ich bin noch voll. Ich bin noch voll. Ach so. Wir haben was anderes weg. Na, ist alles, ist alles. Alles Gold. Aber warte mal. Ich kann vielleicht so ein Viererteil wegnehmen gegen was Kleines. Mal gucken, was der eigentlich noch hatte hier. Ja. Nicht, dass mir jetzt einer mein Portal klaut, Alter. Ah, ja. Oh, hier Gold. Alter, hat er Gold. Ja, ja. Deswegen. Der hat ja mich irgendwo gelootet. Das dachte ich mir. Und dann schnell raus. Hier, jeder kommt. Hier Kreis ist noch ziemlich groß. Mhm. Toff geschissen. Was du da hast, hast du. Das wird, ich glaube, jetzt die Ernte meines Lebens. Ja. Geil. Hahaha. Hahaha. Ja, das ist gut aus. Ja, das ist gut aus. Top. Ja, ja. Ja, ich bin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020